Es ist Donnerstag, der 1. Juni und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu dem Yuga-Labs-Projekt OtherSide, Legend of the Mirror und Infos über ein Kryptoverbot in Bali. Ihr erfahrt von der Cyberpolizei aus Hongkong und was das Weltwirtschaftsforum von den Kryptogeschehnissen in den USA hält. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Florpreisen auf OpenSea schauen wir auf das neuste Starbucks-Vorhaben. Das Ende einer Kryptobörse in Russland und weitere Web3-News, wie die um den Hype der Rabbids-NFTs aus dem Hause Ubisoft. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Werbung. Hallo, hier ist Anna von All-Drop. Macht jetzt mit bei unserer Spendenkampagne Skate Donate. Wir sammeln Spenden für Kinder, die ihre Eltern verloren haben oder ganz arm sind. Durch die Spenden können wir den Kindern helfen, weil sie beim Skateboardfahren auf andere Gedanken kommen. Ihr könnt ganz einfach Spenden über die Webseite von Adrop. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Psst, alle Spender. Willkommen als Dankeschön, Digitale Skateboards. Wir sind von ganz verrückten Künstlern wie Patrick Vogel, Schimsch oder Taco. Dankeschön. Starten wir in den Donnerstag und einer neuen News, die mal seit längerem wieder aus Hongkong stammt. Hintergrund ist der, dass das Büro für Cybersicherheit und Technologiekriminalität der Polizei von Hongkong kürzlich ein innovatives Projekt gestartet hat. Die sogenannte Cyber Defender Metaverse Plattform. Ziel dieser Initiative sei es demnach, der Öffentlichkeit unverzichtbares Wissen zur Verfügung zu stellen und die Sicherheit im Metaverse zu fördern, um Cyberkriminalität in virtuellen Umgebungen zu verhindern. Die Initiative soll sich insbesondere darauf konzentrieren, jüngere Menschen für IT-Fällen zu sensibilisieren und die Bedeutung der Verhinderung technologbezogener Straftaten zu verdeutlichen. Angesichts der wachsenden Beliebtheit des Metaverse und den virtuellen Gütern, wie jetzt ja auch zum Beispiel NFTs, scheint es umso wichtiger, wie ich finde, dass Menschen über Cybersicherheit aufgeklärt werden, um angemessen auf Cyberbedrohungen zu reagieren. Was natürlich potenzielle Verluste und Diebstähle verhindern soll, so wie wir es ja auch schon bei E-Mails sogenannte Scamming-Pishing-Methoden kennen. Der Chefinspektor der, sagen wir mal, Cyberpolizei in Hongkong betonte hier auch die Bedeutung von Vorsicht und wies darauf hin, dass im Metaverse mindestens dieselbe Wachsamkeit wie im Internet erforderlich sei. Und stellte sogar die These auf, dass die Dezentralisierung, die den virtuellen Vermögenswerten von Web3 eigen ist, noch mehr Cyberkriminalität anziehen könnte, als wie wir es bisher schon gesehen haben. Cyberkriminelle könnten es nämlich allen voran auf Endgeräte, virtuelle Wallets und Smart Contracts abgesehen haben, was zum einen möglichen Diebstahl von halt den eben genannten Vermögenswerten, also auch den NFTs führen könnte. Hierzu habe ich dann auch mal ein paar Daten für euch, die im Rahmen der Präsentation veröffentlicht wurden. Allein im ersten Quartal 2023, also dieses Jahr, soll es in Hongkong 663 Vorfälle im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten gegeben haben, die wiederum dann einen Schaden von 570 Millionen US-Dollar verursacht haben sollen. Das soll somit dann auch einen Anstieg von 75 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 darstellen, was meiner Meinung nach auf jeden Fall, wenn die Zahlen so stimmen sollten, die dringende Notwendigkeit eines Bewusstseins für Cybersicherheit und natürlich auch eine Reaktion auf Cyberbedrohungen erfordert. Heißt also auch, dass die Aufklärung der Öffentlichkeit über potenzielle Risiken und die Förderung von Cybersicherheit zweifellos immer wichtiger werden, womit das Thema Sicherheit von Metaverse in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch zunehmender Bedeutung gewinnen wird. Damit sind wir mit der ersten News soweit durch. Wechseln zu CoinMarketCap und dort werfen wir natürlich einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf CoinMarketCap verrät uns, dass gestern kein guter Tag war. Allgemein der Weltwirtschaftsmarkt gestern aufgrund von diversen Daten, die gekommen sind, nicht gut performt. Und hier hat es auch Bitcoin und Co. gestern wieder ordentlich nach unten gezogen. Verlust von 3 Prozent beim Bitcoin. Das heißt, wir haben uns auch hier wieder von den 26.000 verabschiedet. Gingen sogar knapp an die 25.000 Euro Marke. Letztendlich heißt es jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme 25.300 Euro. Dementsprechend das Minus von knapp 3 Prozent beim Bitcoin. Bei Eves ist es so, dass wir aktuell einen Kurs von 1.746 Euro haben. Mal schauen, wie es hier dann auch morgen in der letzten Folge zum Wochenende aussieht. Gestern halt ein Minus von 2,85 Prozent. Die Trending Token bei CoinMarketCap, wenn wir darauf mal einen Blick werfen, waren wie die ganze Woche schon. Der Papercoin gestern mit einem Minus von 9 Prozent. Auf Platz 2 Linear Finance, der Lina Token mit einem Plus von 4 Prozent. Und der Arbitrum Token in den Trending Charts bei CoinMarketCap mit minus 6,34 Prozent. Dementsprechend also auch der Arbitrum Token noch bei über einem Euro. Ich sage nur noch an dieser Stelle, aber natürlich gestern das Minus von 6,9 Prozent. Hat ordentlich reingehauen, würde ich an dieser Stelle sagen. Blicken wir auf noch weitere Kryptowährungen, um das Ganze hier zum Ende zu bringen. Solana gestern minus 3 Prozent. Der Kurs bei 19,36 Euro. Lidl Dau Token gestern minus 3 Prozent. Damit sind wir auch hier wieder unter die 2-Euro-Marke gefallen. Auch der ApeCoin gestern minus 2 Prozent. Der Kurs des ApeCoins liegt lediglich noch bei 2,94 Euro. Damit sind wir mit dem Blick auf CoinMarketCap soweit durch. Morgen natürlich vor dem Wochenende nochmal der letzte Blick darauf. Jetzt kommen wir erstmal zur nächsten Kategorie und das sind unsere heutigen Web3-Kurz-News. Das Weltwirtschaftsforum, kurz WEF, hat ein 34-seitiges Dokument veröffentlicht, das Einschätzungen und Regulierungsempfehlungen für Kryptowährungen enthält. Das Ziel des Schreibens ist es, die globale Koordination der Kryptoregulierung voranzutreiben. Das WEF äußert Skeptis darüber, dem Ansatz, den Nicht-US-Regulierungsbehörden laut dem Dokument verfolgen. Dieser Ansatz wird nicht empfohlen, um einen Rahmen zu schaffen, da Regulierung durch Durchsetzung jede sinnvolle Diskussion darüber ausschließt, was reguliert werden sollte und was nicht, so das WEF. Eine der größten Herausforderungen laut WEF ist die fehlende Taxonomie und Klassifizierung von Kryptowährungen. Das Papier kommt zu dem Schluss, dass eine Regulierung dringend notwendig sei und eine länderübergreifende Zusammenarbeit damit der Schlüssel ist. Das gamifizierte Metaverse The Other Side von Yuga Labs, das eng mit dem NFT-Ökosystem des Sport-Ape-Jachtclubs verbunden ist, hat kürzlich ein Update angekündigt. Das neueste Update führt Allianzen mit Yuga Labs und PFP-Sammlungen von Drittanbietern ein. Dadurch sollen die Spieler Unterstützung und Verbündete im Kampf gegen die Zerschmetterten gewinnen können und ihre Erfolgschancen sowie ihre Position in den Ranglisten verbessern. Das Update betont, dass die Reisenden nicht alleine in die Schlacht ziehen werden. Stattdessen sollen die Allianzen mit verschiedenen PFP-Collections von Yuga Labs entstehen und eine sorgfältig ausgewählte Gruppe von PFP-Collections anderer Hersteller gebildet werden. Diese Allianzen sollen Verstärkung in die epische Schlacht von The Legend of the Mara bringen. Spieler können sich somit auf ein noch spannenderes und kooperatives Spielerlebnis freuen, so Yuga Labs The Other Side. Bei einer Pressekonferenz zur Tourismusentwicklung hat der Gouverneur von Bali, Wazen Coaster, erklärt, dass Zahlungen mit Kryptowährungen als illegal betrachtet werden. Er betonte, dass ausländische Touristen, die Krypto als Zahlungsmittel verwenden, streng bestraft werden. Zudem sollen Unternehmen, die Kryptowährungen akzeptieren, ebenfalls bestraft und zur Schließung gezwungen werden. Diese Entscheidung hat bei Krypto-Enthusiasten Touristen für Unzufriedenheit gesorgt. Der Tourismussektor spielt nämlich eine wichtige Rolle für die Wirtschaft von Bali und trägt mit 28 Prozent zum Einkommen der Insel bei. Ein interessanter Vergleich dazu ist, dass El Salvador als erstes Land Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat. Im Jahr 2022 verzeichnete das Land einen der stärksten Anstiege an Touristen weltweit. Laut einer Pressemitteilung der russischen Nachrichtenagentur Isvistia hat Russland beschlossen, seine Pläne für eine staatliche Kryptobörse aufzugeben. Stattdessen möchte die Regierung Regeln und Vorschriften für bereits bestehende Kryptounternehmen einführen. Der russische Direktor für Finanzpolitik erklärte, dass das Ministerium die Einrichtung einer nationalen Kryptobörse nicht unterstützt. Stattdessen sei die Idee, die Möglichkeit für Unternehmen zur Schaffung solcher Plattformen gesetzlich zu regeln. Obwohl die Pläne für eine staatliche Kryptobörse aufgegeben wurden, arbeitet Russlands größte Bank immer noch an einer eigenen Blockchain-Technologie, heißt es. Die Entwicklung und Integration von Blockchain-Systemen bleibt also ein Thema von Interesse für russische Unternehmen. Der Spieleentwickler Ubisoft hat einen bedeutsamen Schritt unternommen und seine begehrten Rabbids-NFTs auf der Plattform Reddit vorgestellt. Die außerirdischen Kaninchen-Kreaturen begeisterten erstmals in den 2000er Jahren das Publikum, bevor sie später durch ihre Auftritte in der beliebten Mario-Reihe von Nintendo große Popularität erlangten. Diese Zusammenarbeit zwischen Ubisoft und Reddit soll den Nutzern eine einzigartige Möglichkeit bieten, ihre Leidenschaft für Spiele zu zeigen und ihre Individualität durch fessende digitale Sammlerstücke auszudrücken. Die Reddit-Nutzer waren bereits von den im Juli 2022 eingeführten SNU-NFT-Avataren der Plattform begeistert. Mit über 13,5 Millionen veröffentlichten NFTs erreichte die SNU-Reddit-Sammlerstücke eine beeindruckende Marktkapitalisierung von 330 Millionen Dollar, obwohl hier viele Assets kostenlos verteilt wurden. Allein die Sekundärverkäufe generierten mit rund 300.000 Transaktionen einen Umsatz von 32,6 Millionen Dollar. Besonders bemerkenswert ist, dass diese NFTs innerhalb von nur zwei Monaten im Februar über 4 Millionen neue Minter verzeichneten. Damit sind wir mit den Web3-Kurz-News durch, kommen zur nächsten Kategorie und das ist natürlich unsere heutige NFT-News. Unsere heutige NFT-News beschäftigt sich mal wieder mit einer Marke, die unter anderem für eines meiner Lieblingsgetränke verantwortlich ist und selten so gut passt wie zu diesem digitalen Kaffee und Podcast und ja, es handelt sich um Starbucks. Starbucks hat nämlich kürzlich eine exklusive NFT-Airdrop-Aktion für seine Odyssee-Belohnungsmitglieder angekündigt, die mit bestimmten Berechtigungskriterien bestückt ist, die jedoch weiterhin leider nur für die US-Bürger gilt, müssen wir sagen. Doch das soll uns nicht davon abhalten, mal wieder Starbucks bereits vergangenen Web3-Einstieg zu durchleuchten und zu schauen, was es mit dem Airdrop auf sich hat. Denn, wie ich finde, könnte Starbucks mit diesem strategischen Stritt das Kundenerlebnis langfristig revolutionieren, indem es die unter anderem die Blockchain-Technologie in sein beliebtes Rewards-Programm integriert. Wie viele von euch vielleicht wissen, erfreute sich ja bereits schon die Starbucks-First-Store-NFT-Kollektion großer Beliebtheit und verzeichnet weiterhin ein hohes Verkaufsvolumen auf dem NFT-Marktplatz Nifty-Gateway. Starbucks zeigte also schon einst, wie die Integration von Blockchain-Technologie und Kundenerfahrungen gelingen kann und ebnete damit den Weg für eine weit verbreitet zur Nutzung digitaler Vermögenswerte im Alltag und natürlich den Bezug zu Web3. Bereits im September letzten Jahres gewährte Starbucks dazu einer ausgewählten Gruppe einen kleinen Einblick in die sogenannte Starbucks-Odyssey-Plattform und nun ist es so, dass Starbucks sich darauf vorbereitet, das Rewards-Programm einem breiteren Publikum vorzustellen, was nach den bisherigen Erfolgen im Bereich der Kundenbelohnungsprogramme wieder für Aufregung sorgen sollte, wie ich finde. Um sich für die Teilnahme an diesem kommenden Starbucks-Airdrop zu qualifizieren, der wie gesagt eben nur für US-Bürger leider ist, müssen dennoch die Mitglieder jetzt zwei Journeys absolvieren und einen speziellen NFT-Stempel in limitierter Auflage sammeln. Eine Journey, also hier eine Aufgabe, kann beispielsweise den Besuch einer neuen Starbucks-Filiale oder das Ausprobieren eines anderen Getränks beinhalten, womit diese Journeys interaktive Aufgaben darstellen, bei denen die Teilnehmer also mit Stempeln und Bonuspunkte belohnt werden. Während Starbucks sich also auf seinen nächsten NFT-Drop und in diesem Fall sogar Airdrop vorbereitet, warten also viele Starbucks und Web3-Enthusiasten gespannt auf den nächsten Schritt des Kaffee-Riesen, womit Starbucks letztendlich wieder einmal zeigen könnte, wie die Kombination von Blockchain-Technologie und Kundenerlebnis wegweisend für die Zukunft sein kann. Digitale Vermögenswerte, die also ein fester Bestandteil unserer täglichen Interaktionen werden und im Fall Starbucks eine erfolgreiche Verbindung von Technologie und Kaffeekultur darstellen, sollten also für viele Unternehmen ein gutes Beispiel und eine Anregung sein, solche Projekte zu forcieren, wie ich finde. Auch wenn das Starbucks-Programm, und da kann ich mich wieder nur noch einmal abschließend wiederholen, vorerst nur den US-Bürgern vorbehalten ist, habe ich euch mal den passenden Link zu den Airdrops-Voraussetzungen in die Shownotes gepackt. Also wer Lust darauf hat, mehr darüber zu erfahren, gerne mal abchecken. In der Podcast-Beschreibung findet ihr den entsprechenden Link. Aufgrund der letzten Feedbacks mit dem Google-Form-Dokument habe ich ja erfahren, dass ihr auch gerne mal den einen oder anderen Link bekommen wollt und dementsprechend habe ich euch diesen Link zu diesen Voraussetzungen, wo ich dann alles gefunden habe, mal in die Shownotes gepackt. Damit sind wir auch mit der NFT-News soweit durch, kommen nochmal zur nächsten Kategorie, wechseln zu OpenSea und dort werfen natürlich nochmal einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea verrät uns, dass die Bord-Apes mit einem Handelsluben von wirklich sehenswerten 3492 E's auf Platz 1 sind. 77 Verkäufe gab es hier gestern, Zufall, ich weiß es nicht. Floppreis liegt aktuell bei 47,69 E's. Dahinter haben wir Azuki auch noch vierstellig, aber gerade so, 1014 E's. Der Floorpreis leicht gestiegen bei Azuki 15,9. Mutant-Apes 9,70 E's. Handelsluben 875 E's. Dann haben wir die OPP-Edition mit einem Floor von 1 E's, also auch hier stark gestiegen über die letzten Tage. Die Gotts 8,85 dahinter. Bord-Ape-Candle-Club 4,23. Pachi-Penguins unter 5 gefallen, 4,89 mittlerweile. Die Nakamigos sind auch wieder um 0,2 E's gefallen, also um 33% der Floor bei 0,41. Die Captains weiterhin über 9 mit einem Floor von 9,10. Auch Clone X weiter im Sinkflug 2,80. Im Gegensatz dazu haben wir die Doodles mit wieder einem leicht steigenden Floor von 2,14 und die Moonbirds unverändert bei 2,13. Damit blicken wir natürlich noch abschließend auf Platz 99,100. Und dort finden wir heute Lens-Protokoll-Profiles mit einem Floor von 0,11. Und auf Platz 100 haben wir Mavia Land mit einem Floor von 0,32. Damit sind wir mit der heutigen Folge auch so weit durch. Ich bedanke mich natürlich wie immer für Suhr. Würde mich freuen, wenn ihr an dieser Stelle gerne mal diesen Podcast weiter empfiehlt, ein Abo da lasst und eine positive Bewertung auf dem Apple und Spotify Podcast. Denn mich würde es freuen, wenn wir in Zukunft die 100 positiven 5-Sterne-Bewertung auf Spotify erreichen und auch im Apple Podcast weiter im Bereich Technologie nach vorne kommen. Würde mich freuen, ist natürlich kostenlos, das Ganze hier zu unterstützen, wenn ihr so eine Bewertung da lasst. Ansonsten hören wir uns natürlich morgen noch mal wieder. Ich wünsche euch damit jetzt schon mal einen schönen Start in diesen Tag oder ihr hattet hoffentlich schon einen schönen Tag an dieser Stelle und wir hören uns natürlich morgen noch mal vor dem Wochenende, wenn es wieder heißt All-In NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Einkauf oder Anlageempfehlungen da. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Oder Ideen entstehen. Oder Ideen entstehen. Oder Ideen entstehen.